Das heißt, alle, die irgendwie Business machen wollen, müssen in das Big-Data-Geschäft einsteigen. Und wenn sie auch noch nicht wissen, was sie mit den Daten tun sollen, und das ist ja oft der Fall, dass man noch nicht weiß, was man damit tun soll, aber es hat sich herumgesprochen, dass man sie haben soll, so viel wie möglich, und irgendwann kommt man auch auf geschickte Methoden, aus diesen Daten dann eben ein Wissen zu kreieren, das hilfreich ist und das, wie es dann hier heißt, eben auch Wettbewerbsvorteile verschafft gegenüber Konkurrenten. Deswegen Data Love, ganz wichtig, deswegen diese Konferenz 2011. Nun, die Liebe für Daten und vor allen Dingen für Zahlen, die ja dahinter steckt, denn es geht am Ende auch um die Quantifizierung von Kommunikation, die ist so neu nicht. Die gibt es eigentlich schon immer, das Verlangen nach Statistik, hat sich spätestens seit dem 18. Jahrhundert, hat man auch dazu Aufzeichnungen gemacht. Und ein Buch von Theodor Porter von 1995 beschreibt diesen Glauben in die Zahlen als eben Möglichkeit, als ein Glauben in etwas, das objektiv ist, dass wir etwas Handfestes, das belastbare Daten oder belastbares Wissen ist. Und deswegen, Statistik ist dann sehr populär. Wenn es eine Statistik der Statistiken gäbe, dann wären wir wahrscheinlich jetzt so ganz hoch am Peak und es steigt immer weiter, denn es ergreift alle möglichen Gebiete des gesellschaftlichen Lebens. Auch die Akademiker, die jetzt nach Punkten abgerechnet werden, also ihre Artikel, das wissen Sie vielleicht, man berechnet das dann nach Punkten, die berechnen sich wiederum daran, in welchem Journal man publiziert hat, also wie dieses Journal klassifiziert ist. Und die Klassifizierung der Journale, 1a ist das Beste, die berechnen sich wieder danach, wie oft diese Journale in der akademischen Diskussion zitiert werden, beziehungsweise Texte daraus zitiert werden. Und dann können Sie am Ende praktisch sehr schön die Leistungsfähigkeit eines Akademikers danach einschätzen, wie viele Punkte er errungen hat, ohne dass Sie einen seiner Texte überhaupt lesen müssen. Das Schöne daran ist eben das Sportliche und das Spektakuläre, weil es gibt ja immer einen Sieger bei der Statistik, das sagt dann auch dieses Bild aus. Und natürlich, wenn Sie Statistiken haben, können Sie auch gut vergleichen und Zielvorgaben machen, wohin man denn will, wenn man noch nicht das erreicht hat, was man erreichen will. Mit dem Internet und mit der Digitalisierung, die das Internet bedeutet, also das heißt, dass große Teile der individuellen und gesellschaftlichen Kommunikation in den digitalen Bereich gehen und damit eben auch digital vorliegen und der Detafikation offen sind. Damit wird dieser statistische Ansatz also noch verschärft. Sie kennen das alle mit den Likes, mit den Views und so weiter, wer hat wie viel gekriegt und das ist schon mal eine Art Wettkampf, dass man möglichst viele Views und vor allen Dingen Likes bekommt. Cloud, eine Firma aus San Francisco, die hat es dann noch weiterentwickelt und den Cloud-Score erfunden, der sozusagen das kommunikative Kapital eines Internetbürgers errechnet, aus verschiedenen Werten, worunter die Anzahl der Facebook-Freunde nur ein sehr sekundärer Wert ist, denn es ist klar, dass man den manipulieren kann. Wichtiger ist da, wie viele Facebook-Freunde auf der eigenen Seite Kommentare posten oder bei Twitter, wie viele Follower man hat. Ja, aber wichtiger noch, wie viele Retweets man bekommt, denn das zeigt dann erst recht, das zeigt dann erst eigentlich, ob man wirklich von den anderen gehört wird und ob man eine Bedeutung hat. Und das ist das kulturelle Kapital oder das kommunikative Kapital, das man dann einnimmt, also die Meinungsbildnerschaft, die man hat im Internet, die dann auch aushilft, wenn man sozusagen nicht genug ökonomisches Kapital hat. Da kriegt man, wie die Berichte das beschreiben, auch mal ein Upgrade in einem Hotel in Las Vegas, ein kostenloses, oder man wird mal schneller abgefertigt bei seiner Airline, denn man weiß, dass das natürlich Werbung ist, wenn jemand mit einem hohen Cloud-Score dann sagt, ah, das Hotel hat einen total guten Service, die haben mir ein viel besseres Zimmer gegeben, als ich bezahlt habe und so. Kann ich nur empfehlen. Also das rechnet sich und da sehen Sie dann auch wieder, wie sich kommunikatives Kapital und ökonomisches Kapital dann auch wieder gegenseitig befördern. Gut, das ist dann, dass Datenliebe auch in den Bereich der Überwachung geht, das liegt im Grunde auf der Hand, denn Sie können, also um diese Cloud-Scores zu errechnen oder um überhaupt etwas auszusagen, müssen Sie natürlich Vergleiche machen und dann wird immer gesagt, dass das entsprechend anonymisiert ist. Man weiß aber auch, das wird ja auch gesagt, dass man diese Anonymisierung auch immer umgehen kann und am Ende Identifizierungen feststellbar sind, wenn man das will. Die Frage ist immer, will man es? Nun, es gibt einige Institutionen, die wollen das durchaus und es gibt auch zwei Personen, die da sehr unterschiedlicher Ansicht sind in dieser Hinsicht. Snowden hat die Diskussion dazu im Sommer noch vorgebracht und jetzt die Nachricht gestern zum Handyskandal bringt vielleicht eine zweite Etappe, nachdem sie ja als beendet schon erklärt wurde und Obama wird inzwischen schon als George W. Bush im Internet gezeigt. Also dieses Bild finden Sie, wenn Sie NSA eingeben, NSA-Affäre, dann kommt dieses Bild und genauso dieses Bild rechts, wo dann das Emblem der NSA eben als ein mithörender Eagle gezeigt wird. Nun, die Diskussion, die da geführt wird, ist ja die, dass zwei Interessen gegeneinander stehen, einmal die Sicherheit und einmal die Freiheit. Snowden war der Meinung, dass man so viel Freiheit nicht, bürgerliche Freiheit nicht aufgeben dürfe oder wegnehmen dürfe, denn man wird ja nicht immer gefragt, ob man sie aufgeben will. Und andere sind der Meinung, dass man da auch mal stärker zuschlagen muss, um eben das Ziel, terroristische Anschläge zu vermeiden, zu erreichen. Und am Ende läuft es auf die Frage hinaus, steuern wir in einen Überwachungsstaat auf diese Weise und es geht sozusagen diese Idee des mündigen Bürgers verloren. Dazu gibt es schon längere Zeit Diskussionen. Der Moralphilosoph Peter Singer hat es in einem Essay 2011 beschrieben über die Ethik in einer Welt ohne Geheimnisse. Und er hat dort zum einen die Privacy als eine relativ kurze Episode in der Zivilisationsgeschichte bezeichnet, die ja auch erst mit dem Konzept des bürgerlichen Individuums im 18. Jahrhundert entsteht und die ja auch deswegen vielleicht auch wieder aufzugeben ist. Also man muss nicht an ihr festhalten. Es ist auch, wenn man es größer ansieht, eben nur eine Möglichkeit des Daseins. Vorher war es auch nicht so. Und der andere Punkt für ihn ist, darum geht es natürlich vor allem, dass die Sicherheit dann doch schon das Wichtigere ist. Und Sie kennen ja auch die Rede von Sicherheit als Grundrecht oder als Supergrundrecht von unserem Innenminister.